Schön, dass du wieder hier bist. Hilfe, was soll ich tun? Soll ich zu einem Coach, zu einem Psychologen, zu einem spirituellen Berater, was ist das Richtige für mich? Diese Frage ist mehr als verständlich, denn es gibt ohne Ende Coaches da draußen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich Spiritualität. Es gibt Psychologen, es gibt Wunderheiler, Schamanen, es gibt Heilpraktiker, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten heute, die es vor 20 Jahren noch nicht in der Form gab, dass es mehr als verständlich ist, wenn du nicht mehr weißt, wo überhaupt oben und unten ist und was genau du machen sollst. Und um da einen kurzen Abriss zu haben, dass du dich da ungefähr irgendwo einsortieren kannst und für dich auch den richtigen findest, dafür mache ich dieses Video hier. Also, wann solltest du eine Psychotherapie oder eine Therapie machen? Zuallererst, wenn du einen enormen Leidensdruck hast in irgendeinem Bereich, du kommst überhaupt nicht mehr sozial klar, du hast Ängste, wenn du vor die Tür gehst, du hast Sachen, die dich enorm quälen, du hast depressive Erscheinungen, weil du irgendwie tagelang apathisch im Bett liegst und nichts mehr kannst, dich nicht mehr motivieren kannst, etc. Sprich, wenn du in irgendeiner Art und Weise einen Leidensdruck hast, dann würde ich dir empfehlen, geh als ersten Step zu einem Psychologen. Das ist enorm wichtig, denn Punkt Nummer 1, die meisten Coaches, fast alle und die meisten spirituellen Lehrer, das muss man genauso dazu sagen, haben keine therapeutische Expertise, haben kein Psychologie studiert, haben wenig bis gar keinen Plan von den empirischen Forschungen der Psychologie aus den letzten 100 Jahren und auch nicht zwangsläufig das Know-how, was notwendig ist, um dich aus so einer Position rausholen zu können. So, wenn du jetzt sagst, Psychologe hört sich aber nicht so cool an und das will ich nicht so, da gehe ich lieber zu einem Coach. Der Punkt ist, die Psychologie, die gesunde Psyche in Anführungsstrichen, ist die Basis von allem. Wenn du sagst, ja okay, ich habe zwar gerade depressive Erscheinungen und ich komme damit nicht klar und damit nicht klar und das setzt mich unter Druck und ich habe vielleicht da noch ein Traumata aus der Kindheit und ich gucke da weg und so weiter, aber ich will da auch gar nicht hingucken, ich will jetzt einfach meine Ziele erreichen, dann ist das, als würdest du ein Haus bauen wollen auf einem unfesten Fundament. So, es macht einfach keinen Sinn. Wenn du aus dieser Position heraus versuchst, deine Ziele zu erreichen oder irgendwie spiritueller zu werden, dann baust du auf keinem festen Fundament auf und du läufst außer dem Gefahr, einfach noch weiter zu verdrängen und noch weiter von deinen eigenen Themen davon zu laufen und damit wirst du nicht wirklich vorankommen, auch nicht in Bezug auf deine Ziele und auch nicht in Bezug auf Spiritualität. So, das ist das Erste. Das heißt, wenn du irgendwo einen akuten Leidensdruck hast, empfehle ich dir wärmstens, geh zu einem Psychologen. So, Punkt Nummer 2. Achso, übrigens, es gibt jetzt viele Coaches, die dem widersprechen würden, weil die sagen, Mindset, alles ist Mindset, sagt ihr ja immer wieder positive Autosuggestion und so weiter. Das kann funktionieren. So, und ich möchte das hier nicht in Abrede stellen und das hat definitiv diese ganze Autosuggestionsgeschichte, positives Denken etc. Es hat zu einem gewissen Teil seine Daseinsberechtigung. Aber man hört zum Beispiel im Coaching-Bereich immer wieder das Wort Mindset, 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 Mindset. Die Herausforderung ist, diese komplette Mindset-Geschichte ist eine rein rationale Sache. Was hast du für einen rationalen Gedanken? Wie können wir diesen rationalen Gedanken überschreiben? In der, aus psychotherapeutischer Sicht, sind aber die meisten Themen irrational. Die meisten Traumata etc. aus der Kindheit sind emotional bedingt. Das heißt, mit dieser reinen Mindset-Geschichte kommt man nicht unbedingt immer ans Ziel. So, das ist so, als wenn du zu mir kommen würdest und sagst, du, ich habe unglaubliche Angst vor Spinnen. Ich habe so viel Angst vor Spinnen. Und ich würde dir sagen, hey, pass mal auf, die Spinnen, die haben viel mehr Angst vor dir, als du vor denen. Ist das richtig? Ja, vielleicht. Wenn Spinnen Angst haben, ich weiß es nicht. Aber der Punkt ist, nur weil du das, was ich gerade gesagt hast, rational verstehst, weißt das nicht, dass deine Angst vor Spinnen weg ist. Du weißt wahrscheinlich sogar, dass deine Angst vor Spinnen irrational ist, weil du wahrscheinlich weißt, dass die kleine Hausspinne dich nicht fressen wird oder dir wehtun wird oder dir überhaupt irgendwas machen kann. Trotzdem hast du Angst vor sie, vor ihr. Das heißt, deine Angst ist irrational. Und an manchen Stellen kommen wir da mit diesen ganzen Mindset-Themen einfach nicht weiter. Also, wenn du einen extremen Leidensdruck hast, geh zu einem Psychotherapeuten, zu jemandem, der in dem Bereich extrem gut ausgebildet ist. Wenn du das Gefühl hast, ne, eigentlich ist bei mir alles super. Ich habe auch das Gefühl, ich verdränge jetzt nicht übermäßig viel irgendwie meine Themen. Ich bin, ne, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt auch keine Themen, die mich belasten oder sowas. Aber ich habe den Wunsch, ich würde gerne endlich mein Traumauto fahren, die Millionen Euro verdienen. Ich würde gerne 10 Kilo abnehmen oder meinen Traumpartner finden. In dem Moment sind Coaches meiner Meinung nach genau die richtige Adresse für dich. Denn es ist nicht die Aufgabe eines Psychologen, dass du glücklich wirst. Es ist auch nicht die Aufgabe eines Psychologen, dass du deine Ziele erreichst. Und mit dir Arbeit zu machen, die dir hilft, deine Ziele schneller und effizienter zu erreichen. Die Arbeit eines Psychologen ist es, dass du aus der Depressivität, aus dem Unglücklichsein, aus dem Leidensdruck herauskommst und normal in einer Gesellschaft und für dich selbst leben kannst. Das ist die Aufgabe eines Psychologen und damit auch die Basis. Jetzt kommt mit dem, was ich gerade gesagt habe, Zielerreichung etc., kommen wir zu den Coaches. Aus einer gesunden Basis heraus, aus einer gesunden Psyche heraus, kannst du sehr wohl, wenn du das möchtest, dir Coaches zur Hilfe nehmen. Und ich würde dir das wärmstens empfehlen, wenn du deine Ziele erreichen möchtest. Das heißt, genau dann bist du bei Coaches an der richtigen Adresse. Die können dir helfen, genau zu analysieren, warum möchtest du deine Ziele erreichen. Wie erreichen wir deine Ziele am schnellsten? Was ist dein Ist-Zustand, was ist dein Soll-Zustand und wie haben wir den kürzesten und effizientesten Weg dahin? Wie können wir das kontrollieren? Wie bringen wir in Erfahrung, wann genau du deine Ziele erreicht hast? Und so weiter. Genau da bist du bei Coaches an genau der richtigen Adresse. Du bist natürlich auf diesem Kanal nicht ohne Grund. Im Banner steht Fett Spiritualität. Und wo ist die jetzt einzusortieren? Was hat die Spiritualität jetzt zu suchen in der Gleichung? Spiritualität ist dann für dich interessant, wenn du gegebenenfalls zum Beispiel eine gesunde Psyche hast, vielleicht auch schon manche Ziele erreicht hast. Vielleicht hast du eine Familie, vielleicht hast du einen Partner, vielleicht verdienst du Geld, bist damit eigentlich zufrieden, vielleicht fühlst du dich auch wohl in deinem Körper, aber du merkst, Moment mal, ich sollte eigentlich glücklich sein. Ich dürfte mich eigentlich nicht beschweren, aber es fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt. Es fühlt sich so an, als würde ich noch was suchen, als wäre ich noch immer nicht glücklich. Dann ist Spiritualität die richtige Adresse für dich. Denn es gibt einen Satz, den wiederhole ich sehr oft, der heißt, in der Psychologie versucht man, dass der Traum nicht zum Albtraum wird. Das heißt, dass dieser Traum, in Anführungsstrichen, namens Ich oder Ego nicht zu einem Albtraum wird, sprich, du wirst depressiv, apathisch, nicht mehr sozial kompatibel, enorm Leidensdruck etc., dass der Traum nicht zum Albtraum wird. In der Psychologie, in der Spiritualität versuchen wir, von diesem Traum zu erwachen. Das ist genau das, was Plato meinte mit dem Höhlengleichnis, was die Hinduisten meinen mit dem Zustand von Moksha, die Yogis mit Samadhi, die Buddhisten mit Nirvana, die Spirituellen mit Erleuchtung, die... Also es gibt etliche Begriffe dafür. Es geht darum, von diesem Traum zu erwachen, dich von der Identifikation mit deinem Ego zu trennen und zu gucken, Moment mal, ich bin weit mehr als die Dinge, über die ich mich identifiziere. Das heißt, eine Utopie oder ein idealer Reiseweg könnte wie folgt aussehen. Du bist irgendwo und hast einen Leidensdruck. So, dir geht es mit irgendwas richtig schlecht. Vielleicht, du hast vielleicht ein Traumata oder ähnliches. Du hast vielleicht depressive Erscheinungen, gehst zum Psychologen, begibst dich in Therapie und bist irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, Mensch, das ist weg. Cool, ich leide nicht mehr. Dann denkst du dir, Mensch, jetzt könnte ich aber auch... Ich habe ein paar Kühle zu viel auf den Hüften. Es ist jetzt nicht so, dass mich das mega stört oder sowas, aber ich würde gerne gesünder leben. Ich würde gerne vitaler sein, fitter sein. Ich begib mich zu einem Coach und erreiche meine Ziele. So, dann nimmst du vielleicht 10 Kilo ab, erreichst vielleicht deinen Traumkörper, vielleicht verdienst du mehr Geld und dann merkst du vielleicht, okay, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte, aber es fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt. Und dann könntest du dich zu einem spirituellen Coach beispielsweise begeben und da würdest du merken, Moment mal, der Traumkörper, über den du dich jetzt die letzten Jahre identifiziert hast, das Geld, über was du dich gegebenenfalls identifiziert hast, das bist alles gar nicht du im Kern. Du bist viel mehr als das. Und der würde mit dir dann daran arbeiten, genau um diese Illusion aufzulösen und dich dahin zu führen, dass du erkennst, wer du eigentlich bist, hinter all diesen Formen und Zielen und Sachen im Außen und Charaktereigenschaften, über die du dich als Mensch identifizierst. Das könnte also quasi ein idealer Weg sein, sage ich mal. Und dieses Raster kommt nicht von irgendwoher, das ist jetzt natürlich, also in der Psychologie ist das bekannt, dass man da mit dem Leidensdruck hingehen sollte, aber das ist auch mittlerweile in einigen anderen Bereichen bekannt, beispielsweise David Hawkins, der hat Energielevel erforscht und darüber kann man sich streiten und auch über seine Vorgehensweise kann man sich streiten, dessen bin ich mir bewusst. Aber es ist auffällig, dass die unteren Energielevel sehr oft Symptome haben, die aus psychologischer Sicht Behandlungspotenzial hätten. Man hat da Scham, Wut, Zorn, Trauer, Apathie etc. Das sind oftmals charakteristische Zustände von Menschen, die sich in psychologische Betreuung begeben. Es ist auch auffällig, dass man darüber dann Zustände hat, wie beispielsweise Motivation, Zielerreichung, ich habe die jetzt nicht alle präsent im Kopf, aber Zustände, aus denen heraus man beispielsweise motiviert ist, die Ziele im Außen zu erreichen, man gewillt ist, da mehr zu schaffen, man motiviert ist, da mehr zu schaffen. Und ganz oben befinden sich Zustände wie dann natürlich Erleuchtung, Liebe usw., Frieden, die man wiederum dann eher in der Spiritualität finden würde. Und genau auf diesem kompletten Raster basiert das komplette Life Transformation Coaching. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, wow, okay, das, was hier in diesem Video erzählt wurde, das macht Sinn und du weißt vielleicht gar nicht genau, wo du dich befindest, du weißt aber, dass du wachsen möchtest, dass du dich entwickeln möchtest, dann ist das Life Transformation Coaching das Richtige für dich. Meld dich gerne bei mir unter dem Formular, was du unter diesem Video findest. Trag dich da ein. Ich rufe dich an und wir finden zusammen genau den Weg, der für dich der Richtige ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und bis zum nächsten Mal. Adios.